Im vorherigen Video habe ich die Grundlagen zu Pointern erklärt. Und hier geht es jetzt darum, einiges von dem, was ich da gezeigt habe, an einem Beispiel zu demonstrieren. Das Fallbeispiel ist einmal hier erklärt. Es geht hier um eine Auswertung von Messdaten, die von einer Maschine, also zum Beispiel einer Werkzeugmaschine, aufgenommen werden. Mit solchen Aufnahmen kann man später Analysen zu der Maschine durchführen, zum Beispiel um zu erkennen, ob die Maschine fehlerfrei arbeitet, ob die Werkzeuge abgenutzt sind oder ob die Maschine noch mit gleichbleibender Qualität produzieren kann. In unserem Beispiel beschränken wir uns aber auf die Aufnahme von zwei Datenreihen, die ich hier Speed und Oscillation genannt habe. Das ist also die Geschwindigkeit, von mir aus von einer Achse, und die Vibration, die irgendwo an der Maschine gemessen wird. Zu jedem dieser Messwerte speichern wir dann noch den Zeitstempel. Da solche Messwerte über sehr lange Zeiträume aufgenommen werden, muss der Datenlogger eine Funktion bereitstellen, mit der wir einen Zugriff auf einen Ausschnitt der Daten bekommen können. Damit man eben nicht alle Analysen immer für den gesamten Zeitbereich machen muss, sondern sich auf relevante Zeitbereiche fokussieren kann. Und auf den Ausschnitt der Messwerte, die wir dann also von dem Datenlogger bekommen, werden wir hier noch eine sehr einfache Operation anwenden, sozusagen als Beispiel für eine Analyse, die jetzt hier im letzten Schritt durchgeführt werden könnte. Bevor wir jetzt aber mit der Programmierung starten, müssen wir unser Fallbeispiel nochmal vorbereiten. Und dabei geht es jetzt darum, erstmal die Datensätze anzulegen, mit denen wir gleich arbeiten können. Also, wenn wir die Messreihen aufnehmen würden, dann würden die in einer Datenbank zum Beispiel wie links in einer ganz großen Tabelle dargestellt werden. Ein Datensatz dabei ist hier nochmal dargestellt, besteht also aus Zeitstempel, der Geschwindigkeit und der Schwingung. So, die Frage ist jetzt, wie bilden wir diese Datenbank in unserem Programm ab? Die werden wir als ein Array vom Datentyp Float anlegen, mit 100 Zeilen. 100 Zeilen reichen hier, um alle Operationen, die wir demonstrieren wollen, in diesem Fallbeispiel auch vernünftig anwenden zu können. Und mit drei Spalten. Drei Spalten eben, weil wir Zeitstempel, Geschwindigkeit und Vibration speichern. Und da wir natürlich keine realen Datensätze haben, müssen wir die zunächst einmal erzeugen. Und dafür werden wir jetzt gleich eine Funktion Generate Dataset schreiben, in der wir dann zunächst einmal fiktive Datensätze anlegen. Und hier unten ist einmal dargestellt, wie ich diese fiktiven Daten eben erzeugen werde. In der Main-Funktion legen wir jetzt zunächst einmal das Array Data an. Und für die Initialisierung dieser Datenbank schreiben wir jetzt die Funktion Generate Datasets. Und jetzt rufen wir noch die Funktion Generate Dataset mit unserem Array Data auf. Und das ist im Grunde schon ein Beispiel dafür, wie wir ein Array über einen Pointer an eine Funktion übergeben. Denn das, was wir in Generate Dataset erwarten, ist nicht eine Kopie eines Arrays, sondern genau eine Referenz auf dieses Array. Und um diese Referenz zu übergeben, haben wir einfach den Namen des Arrays hier angegeben. Das Ganze hätten wir auch so machen können. Das wäre nämlich die Adresse des ersten Elements des Arrays gewesen. Das ist aber eher unüblich. Typischerweise nutzt man dafür den Namen des Arrays. Denn dieser ist gleichbedeutend mit der Adresse auf das erste Element. So, nachdem wir jetzt also unsere Datenbank initialisiert haben, können wir uns jetzt um die Bereitstellung der Daten kümmern. Nochmal zur Erinnerung. Die Idee war ja, dass wir aus dem gesamten Datenset nur einen kleinen Ausschnitt herausschneiden wollen, um den dann vernünftig analysieren zu können. Und diesen Ausschnitt geben wir vor durch Angabe von Start- und Endzeitpunkt der Daten. Und alle Datensätze, die innerhalb dieses Intervalls liegen, die wollen wir eben analysieren. Was wir also brauchen, ist dieser Ausschnitt hier aus der Liste. Was wir aber bekommen können, ist keine ganze Liste, zumindest nicht im ersten Schritt. Was wir nämlich zunächst einmal schreiben müssen, ist eine Funktion, die uns jetzt den Datensatz heraussucht, der zum Startzeitpunkt passt, den wir vorgeben. Und das, was die Funktion also an uns dann zurückliefert, ist nicht der Datensatz, sondern der Pointer auf den ersten Datensatz in dem von uns gewünschten Intervall. So, die Funktion, die wir jetzt also schreiben, heißt GetData. Und diese Funktion soll einen Pointer auf einen Flow zurückliefern. Und sie bekommt übergeben ein Pointer auf das Array, also auf den Start des Arrays, die Länge des Arrays und den Zeitstempel des ersten Datensatzes aus dem von uns gewünschten Intervall. So, jetzt durchlaufen wir das Array in einer Vorschleife und vergleichen den Zeitstempel jedes Datensatzes mit dem Zeitstempel, den wir übergeben. Und wenn wir einen Datensatz gefunden haben, bei dem der Zeitstempel eben mit dem von uns übergebenen Wert Timestamp übereinstimmt, dann liefern wir den Pointer genau auf diesen Datensatz zurück. Andernfalls, wenn wir das gesamte Array durchsucht haben und niemals den von uns gewünschten Zeitstempel gefunden haben, dann beenden wir die Vorschleife und liefern dann eben den Wert Null zurück. Und diesen Rückgabewert können wir dann auswerten und gegebenenfalls feststellen, ob der Datensatz vorhanden ist oder nicht. In der Main-Funktion rufe ich jetzt die Funktion GetData auf. Beim Aufruf übergebe ich also wieder das gesamte Array, die Länge 100 und der Startzeitpunkt, das ist also einfach eine Zahl, in der der Zeitstempel kodiert ist. Und wenn ich also einen Eintrag finde, bei dem der Zeitstempel genau diesem Wert hier entspricht, dann wird diese Zahl hier unten ausgegeben. Andernfalls wird von der Funktion GetData der Null-Pointer zurückgegeben und dann gebe ich diese Zeile hier aus. Und hier in der Mitte sehen wir jetzt die Ausgabe des Programms, das ist nur eine Zeile. Tatsächlich ist also ein Datensatz gefunden worden und der Datensatz ist also abgespeichert unter der Adresse, die hier angegeben wurde. Wenn ich einen Zeitpunkt wählen würde, der zu keinem Datensatz im Speicher passt, dann würde ich eben die erste Ausgabe bekommen. Das sehen wir jetzt auch hier nochmal. Der Zeitpunkt 43.270 existiert, in der Datenbank nicht. Deswegen gibt es hier auch keinen Datensatz, auf den ein Pointer zurückgegeben werden könnte. Genauso wie wir den Pointer auf den ersten Datensatz in unserem Intervall ermittelt haben, können wir auch den Pointer auf den letzten Datensatz des zu untersuchenden Intervalls ermitteln. Als Startzeitpunkt habe ich jetzt die 43.070 und als Endzeitpunkt 43.090 angegeben. Prinzipiell müsste man für den Startzeitpunkt wie auch für den Endzeitpunkt eine Überprüfung machen, ob hier der Null-Pointer zurückgeliefert würde. Diese Überprüfung funktioniert aber genauso für den Endpointer, wie ich das für den Startpointer schon gemacht habe. Deswegen wiederhole ich das jetzt hier nicht nochmal. Okay, fassen wir einmal den Zwischenstand zusammen. Was wir bei Ser erreicht haben, sind drei Punkte. Zunächst einmal haben wir den Datenlogger initialisiert und dann haben wir eine Funktion geschrieben, mit der wir innerhalb des Arrays den Pointer eines bestimmten Datensatzes ermitteln können, für den wir den Zeitstempel vorgeben. Und diese Funktion können wir nutzen, um den Pointer auf dem Beginn eines Intervalls, in dem wir eine Analyse durchführen wollen, zu ermitteln. Also den Pointer auf den ersten Datensatz sozusagen in diesem Zeitraum. Und genauso können wir das nutzen, um den Pointer auf den letzten Datensatz in dem Intervall zu ermitteln. Das heißt, wir haben also den Pointer auf den ersten und den letzten Datensatz, die wir untersuchen wollen. Aber wir wissen gar nicht, wie viele Datensätze eigentlich dazwischen stecken. Das heißt, was wir jetzt noch ermitteln müssen, ist die Anzahl der Datensätze zwischen dem ersten und dem letzten Datensatz, für die wir eine Datenanalyse durchführen wollen. Und das machen wir jetzt unter Verwendung von Pointer-Arithmetik. Die Berechnung der Anzahl der Datensätze in dem gesuchten Intervall ist hier in Zeile 32 dargestellt. Und diese Berechnung ist natürlich etwas erklärungsbedürftig. Um zu verstehen, wie man aus den Pointern für den ersten und den letzten Datensatz die Anzahl der Datensätze, die dazwischen liegen, berechnet, muss man zunächst einmal verstehen, dass jeder Datensatz hier aus drei Float-Variablen besteht. Schauen wir uns da zunächst einmal den Pointer auf den ersten Datensatz an. Der zeigt auf die Variable des Zeitstempels in diesem Datensatz. Würde man diesen Pointer um den Wert 1 inkrementieren, würde er auf die Geschwindigkeit in diesem Datensatz zeigen. Und würde man den Pointer dann nochmal um 1 inkrementieren, würde er auf die Beschleunigung in dem Datensatz zeigen. Das heißt, inkrementiert man also den Startpointer von Anfang an um den Wert 3, landet man beim nächsten Datensatz. Und um jetzt die Anzahl der Elemente zwischen dem ersten und dem letzten Datensatz zu ermitteln, setzen wir also den Pointer, der auf den letzten Datensatz zeigt, zunächst einmal ein Element weiter, also auf den Datensatz, der jetzt schon nicht mehr in dem Intervall enthalten sein soll, und ziehen dann davon den Startpointer ab. Und dann bekommt man die Anzahl aller Variablen in dem gesuchten Intervall. Und da jeder Datensatz hier aus drei Variablen besteht, teilen wir diese Anzahl nochmal durch drei. Und hier sieht man dann, dass zwischen 43.070 und 43.090 eben 21 Elemente liegen. So, nachdem wir jetzt also den Datenlogger initialisiert haben und den Zugriff auf die Datensätze im Intervall zwischen Start- und Endzeitpunkt haben und auch die Anzahl aller Elemente in dem zu untersuchenden Intervall berechnen können, können wir uns jetzt der Datenanalyse zuwenden. Und das ist hier aber nur eine ganz einfache Funktion, mit der wir einfach erklären wollen, wie man basierend auf einem übergebenen Array Berechnungen durchführt, die Ergebnisse in ein neues Array speichert und dann einen Pointer auf dieses Array zurückgibt. Und deswegen ist auch der Analysealgorithmus hier sehr simpel gehalten. Hier wird einfach die Geschwindigkeit mit den Schwingungen multipliziert. Ob das physikalisch sinnvoll ist, haben wir da hingestellt. Aber das ist eben das, was wir hier einfach machen wollen. Das heißt, jede Analyse bezieht sich also auf einen Datensatz. Für jeden Datensatz gibt es also ein Analyseergebnis. Alle Datensätze werden in einem Array gespeichert und der Pointer auf dieses Array wird zurückgegeben. Die Funktion, in der wir jetzt die Datenanalyse durchführen wollen, soll Data Analysis genannt werden. Und die soll einen Pointer auf ein Float Array zurückliefern. Sie bekommt übergeben den Pointer auf den Start des Intervalls und die Länge des Intervalls. Der Einfachheit halber beschränken wir hier die Anzahl der maximal zu untersuchenden Datensätze in einem Intervall auf 30. Und dann können wir eben ein Array anlegen mit einer Länge von 30, indem wir dann die Ergebnisse speichern. Damit dieses Array auch nach vollständiger Abarbeitung der Funktion Data Analysis noch zur Verfügung steht, müssen wir dieses Array als Static deklarieren. Falls hier ein Array übergeben wird, das eine größere Länge als 30 hat, müssen wir das natürlich abfangen und in dem Fall geben wir Null zurück. Wenn aber die Länge kleiner oder gleich 30 ist, können wir eine Analyse durchführen. Und in der Analyse gehen wir hier in einer Vorschleife jeden Datensatz des übergebenen Intervalls durch. Und dabei greifen wir über den Dereferenzierungsoperator zunächst einmal auf die Geschwindigkeit zu und multiplizieren diese hier mit der Vibration, auf die wir über den Dereferenzierungsoperator hier zugreifen. Nachdem wir also dann diese Multiplikation durchgeführt haben und das Ergebnis in dem Array REST gespeichert haben, erhöhen wir dann den Startpointer um den Wert 3. Das heißt, dann springen wir also in den nächsten Datensatz. Und nach Abarbeitung der Vorschleife geben wir dann das Array REST zurück. Okay, damit ist die Funktion Data Analysis fertig. Und die werde ich jetzt nochmal aus der Main-Funktion aufrufen. Ich übergebe an die Funktion also den Startpointer und die Länge des Intervalls, die wir hier ermittelt haben. Der Fall, dass der REST-Pointer null ist, kann nur auftreten, wenn ich mehr als 30 Datensätze in dem zu untersuchenden Intervall aufnehmen würde. Und hier gebe ich dann im ELS-Zweig also die Analyseergebnisse in einer Vorschleife aus, wobei ich hier wieder den Dereferenzierungsoperator verwende und den Pointer REST-Pointer in jedem Schleifendurchlauf um den Schleifenzähler I inkrementiere. Und hier sehen wir jetzt die Ausgabe der Analyseergebnisse. Das sind also nur irgendwelche Zahlen, die aber berechnet werden unter Verwendung von Pointern und dem Dereferenzierungsoperator. Das sind also nur ein Eis-Zweig. Die Analyseergebnisse Untertitelung des ZDF, 2020